Das klappt, ey. Das klappt. So, ich verkaufe mal das ganze Stein. Und verkaufe das ganze Bier. Gleichzeitig noch ein bisschen Mehl und Weizen. Eisen kann auch ein bisschen weg. So. Oh, das wird mega, ey. So, noch Pferde dazu. Und Baumeistergilde brauche ich ja nicht. Ich könnte die natürlich mit Trieböcken abschießen, ne? Aber ob mir das was bringt, ist die andere... Warum eigentlich nicht? Zum Teufel, warum nicht? Ist zwar erstmal teuer so ein Camp, ne? Ich hab keine Trieböcke. Brennende Wagen. Alter, brennende Wagen sind noch effektiver als Trieböcke. Oh, dass ich das jetzt entdeckt hab, ist mega. Denn ich kann brennende Wagen mit ein paar Schutzschilden da einfach reinschicken und lege überall ein Feuer. So brauche ich die nicht mit den Bogenschützen erledigen. Und die brennen im Prinzip einfach nieder. Oh. Ein paar brennende Wagen. Ich mach das immer sehr gerne in großen Anzahlen. Das sind jetzt natürlich relativ wenig. Wie können wir dienen? Ich brauch schneller Leute, verdammt. Einerseits brauch ich... Einerseits brauch ich Gold. Andererseits brauch ich... ...unmengen an Bevölkerung. Komm, mehr kann ich nicht runtergehen. So, erstmal wieder hochziehen. So, und dann hau ich noch... ...definitiv ein paar Schutzschilde rauf. Und noch ein paar brennende Wagen. Und dann hau ich noch Schutzschilde rauf. So. Und ich würde sagen, fünf brennende Wagen, das ist super. Das ist super. Ich schick die mal hier vor das Tor. Und die gehen wirklich in... Okay, in Kolonne. So. Und dann mach ich mit denen schon mal den ersten Angriff und schick die einfach rein. Weil die bleiben 100 pro stehen. Wenn ich das schaffe, die... ...möglich schon. Also erstmal die ganzen leichten Einheiten sind ja übelleicht zu bezwingen. Ich weiß allerdings nicht, wie schnell die meine Schutzschilde natürlich erledigt haben. Und... Ich muss gucken. Ich muss ernsthaft gucken. Ich weiß es nicht. Die Schilde scheinen extrem langsam zu sein. Komm, scheiß drauf. Ich nehme noch vier. Und schicke die erstmal... Okay, ich schicke die erstmal auch hier vor. Und du? Nee, das macht nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich muss die mit Schilden schicken. So. Zack, zack. Ihr bereitet euch weiterhin. Oh, ich hab Pläne, Alter. Das klappt so mega. Ich hab allerdings nicht gerade noch sehr viel Zeit. Unser weiter Schicksal ist eines. Ihr geht mal schon mal damit runter. Treibt die Pferde an! 14 Ritter sind, denke ich, mega. Und anscheinend wird das nicht nochmal Nacht. Das heißt, man muss wirklich bloß die erste Nacht überstehen. Und dann sollte man das hinkriegen. Und das ist natürlich geil. So, wie viele von denen hab ich jetzt berührt? Mein Schwert ist das eurem. Nicht genug anscheinend. Dann baue ich hier noch ein paar Ställe. Weil da würde ich dann doch schon gerne alle bereiten. So, nebenbei kann ich noch ein paar Bogenschüsse. Rekruten werden benötigt, Seier. So. Und ihr seid bereit. Wir sind einsatzbereit. Ihr geht mal in Reihe. Äh, in Kolonne. Und theoretisch sollten eigentlich... Ja gut, ist egal. Oh Mann, das ist doch scheiße, Leute. Wie können wir dienen? Ihr geht doch mal davor, bitte. Wir sind einsatzbereit. Bewege Schatz dran. So, und jetzt hoffe ich, die bleiben da vorne. Perfekt. Perfekt, Mann. Perfekt. So. Und die gehen jetzt einfach... Gehen los! ...da voll rein. What? Leute, hallo. Ihr solltet in Kolonne gehen. Schatzwand, bereit? Rücken vor. Ihr solltet in Kolonne gehen. Warum rennen die denn vor? Okay, die brennen. Stehen zur Verfügung. Die brennen. Die ignorieren das jetzt vollkommen, ne? Fuck. Man kann denen bloß einmal ein Ziel zuweisen. Wir sind einsatzbereit. Gebt uns etwas zu tun. Man kann denen nur einmal ein Ziel zuweisen. Wie können wir dienen? Ja, klar. Wenn einer kaputt ist, gehen halt alle kaputt, ne? Weil die instant durch die Flammen ums Leben kommen. Braucht ihr etwas? Sieh los. Das hat nicht sehr viel gebracht. Das war eine reine Geldverschwendung jetzt. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Dann würde ich sagen, ihr seid meine gesamte Hoffnung. Ich folge eurem Banner. Und mit euch ziehe ich in den Krieg. Ihr seid mein Gebieter, Herr. So, da kommen noch ein paar Pferde. Noch ein paar Bogenschützen. Oh, kommt, Leute. Huch, was denn? Was denn? Was denn? Unsere Bögen wäre erringen. Was denn das? Was denn das? Nein! Da kann ich nicht hin, Sire. Okay, auflösen. 33 Bogenschützen, die buggen, ey. Leute, ist das euer Scheißernst, ey. Rekrutiere ich eben noch 35 neue Bogenschützen. Ist mir egal. Ich bin halt einfach so in einer Reihe. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum auf einmal die FPS-Zahl auf 10 runtergegangen ist, ne? Aber, ähm, wenn die alle gebuggt haben, ist natürlich klar, ne? So. Ihr geht auch damit vor. Und dann starte ich den Angriff. Dann sollte es absolut kein Problem sein. Hoffe ich. So, die sind alle beritten. Da müssen noch ein paar. Oh, jetzt habe ich die beritten. Das wollte ich gar nicht. Die sind aber alle, okay. Das sind doch aber nicht alle. Ich hatte doch 14 oder so. So. Ihr 5. Was bekümmert euch, Sire? Solltet eigentlich beritten werden. Wir reiten wieder. Und geht auch nach da vorne. Der Weg ist versperrt. So. Der Weg ist nicht versperrt. Du Dopp. Du Dopp. Du Dopp. Du Dopp. Du Dopp. Du Dopp. Dopp. So. Ja, Sire. Eure treuen Bogenschützen. So, die sollen auch noch davor eigentlich. Da kommen die restlichen Bogenschützen. Alles klar. So, Sicherheitshalber. Ich weiß nicht, was kommt. Mache ich noch ein paar Armbrüschschützen. Jetzt braucht es mich ja erstmal nicht zu interessieren. Denn die Armee steht. So. Ihr sollt da oben rauf. Da, da oben sollt ihr rauf. Bermannt die Brüstung. So, jetzt hole ich mir jetzt aber, wenn ich hier schon welche habe. Habt nur, was ich tun soll. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Nicht ernsthaft. Ey, ist nicht euer Ernst. Gebt Acht auf die Pferde. Klasse, ey. Ich folge eurem Banner. Es baggen einfach drei. Mein Schwert ist das eure. Och, das ist doch scheiße, Leute. Unser beider Schicksal ist eines. So, ihr beide. Geht noch da mit hin. Und dann rekrutiere ich eben noch. Kann ich nicht. Muss es so klappen. Sind es eben ein paar weniger. Gut. Drei Dinger, die wieder gebackt haben. Ey, bei sowas könnte ich ausrasten. Sind das jetzt alle oder kommen noch welche? Ne, es sind alle. Gut, das ist meine Armee. Boah, Alter. So, ich gehe... Ich nehme mal Sicherheitsabstand. Bogenschützen, bereit machen. So. Und die Bogenschützen schicke ich dann erstmal direkt vor. Und die Ritter schicke ich direkt rein. Nein. Nein, ihr solltet rein. So. Warum... Oh, Alter. Warum leckt das so extrem gerade? Junge, Junge. Hatte ich jetzt noch gar nicht. So, geht doch. Alter. Ich folge eurem Banner. Hier. Nein. Tut es. Nein. Nicht ihr. Stopp. Bogenschützen noch nicht. Bogenschützen sollen schießen. Manchmal sind die echt schwer von Begriffen. Hier sind eure Leute. So, die schießen fleißig. Auf die Plätze, Männer. Geht es in die Fläche? So. Die sind auf Angriffsposition. Und ich schicke die einfach zu dem durch. Komm. Warum nicht? Einfach zu dem durch. Mein Schwert ist das euer. Ist das der richtige? Krieg ich den richtigen an? Den sollt ihr. Den sollt ihr. Die Gefangenen. So. Einfach durch. Ihr seid mein Gebieter, Herr. So. Sehen los. Ihr geht auch rein. Wir bewegen uns. So. So. Ihr sollt den angreifen, verdammte Scheiße. Mein nobler Herr. Für die Krone. Den. 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 Bitte. Ja. Komm. Der ist gleich tot. 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 Da. Alle auf den. Komm schon. Schafft ihr. Schafft ihr. Schafft ihr. Schafft ihr. Schafft ihr. Ja. Ja. Komm. Ihr habt nicht mehr viel. Der hat nicht mehr viel. Es sind auch sieben von meinen. Das werdet ihr jetzt ja wohl hin. Klag alle nieder. Ich sehe nicht mehr. Was ist sein Leben. Das ist sein Leben. Das rote. Das rote. Ihr. Da. Ihn. 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 Kommt. Der hat nur noch einen. Ein Pixel hat der nur noch. Der hat nur noch ein Pixel. Kommt. Der hat nur noch ein Pixel. Ja. Was? Hat keine Truppen mehr. Was? Das Ziel war, dass er keine Truppen mehr hat. Bitte wartet. Wir werden angekündigt. Wir werden was? Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Fuck. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Mist. Das Ziel war, dass er keine Truppen mehr hat. Schüllen sie nieder. Fuck. Darauf habe ich nicht geachtet. Ich dachte, ich muss nur den in die Luft jagen. Hätte ich beinahe gesagt. Mein Schwert ist das eure. Geht, geht da hin einfach. Marsch. Sammelt euch da vorne. Ich hole noch Bogenschützen dazu. Ah, scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Bogenschützen, vorbereiten. Okay, neue Armee, neues Glück. Damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Ich dachte, ich muss nur den ausschalten. Die Geschichte wartet. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Bögen werden singen. Jetzt darf wirklich keine Nacht kommen. Jetzt hole ich nämlich meine kompletten Reserve-Truppen. Rekruten werden benötigt sein. So, jetzt hole ich da noch ein paar raus. So. Bereite die. Und schicke die auch noch da unten. Ist da jetzt nur ein Pferd gekommen. Warum? Da sind sau viele Ställe und die Pferde sind alle ums Leben gekommen. Also eigentlich. Die Geschichte wartet, mein nobler Herr. Müsste das klappen, meine Freunde. So. Nach vorn. Ihr sammelt euch an der Grenze unseres Gebietes. Oh Gott. Sire, meine Hose muss dringend gepflegt werden. Was? 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 Was will der denn jetzt von mir? Sire, meine Hose muss dringend gepflegt werden? Sire, meine Hose muss dringend gepflegt werden. Rein. Mein nobler Herr, ihr da rein. Ich folge eurem Banner. Ihr da hin. Auf die Plätze, Männer. Die Armbrüste schützen da hin. Mein nobler Herr, in den Kampf. Wir werden angegriffen. Rein. Äh. Ihr. Eure treuen Bogenschützen. D. Auf die Plätze. Haltet die Armbrüste gerade. Das wird was. Ja, kommt Leute, das klappt. So, geht mal auf Angriff hier. So, ihr geht da hinten hin. Ihr da, zack, kommt. Geht einfach rein da. So, ihr da hin. Auf dem Weg könnt ihr den noch mitnehmen. Ja, jetzt wird das was. Jetzt wird das was. Sieg ist unser. Ja, das klappt. Ich glaube, ich habe jetzt mehr Terz gemacht. Ich dachte, es kommt noch eine Nacht. Deswegen dachte ich, auf Gott, ich habe viel Gold. Ne, wenn man einmal nicht guckt, ne. So. Unsere Bögen werden singen. Bogenschützen kann man ein Stück weit davor. Bogenschützen unterwegs. Dann könnt ihr da hinten nämlich mithelfen. Die Menschen schätzen mich sehr, mein Gott. So. Die Flagge ist unser, Sire. Und der Feind legt seine Waffen nieder. Der Sieg ist unser. Perfekt. Der Wolf wurde gesehen, wie er vom Schlachtfeld floh. Mit einem schnellen Pferd könnte man ihn fangen. Wollen wir ihn fangen? Wir sind siegreich, Sire. Wirklich. So. Perfekt. Geil. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Es klappte. Ich wusste mit Sicherheit, dass er mich verfolgen würde. Ich war bereit. Der Junge war in meine Falle getackt. Hatte ihn. Sieg. Verdammt. Wir sind jetzt dem Wolf in die Falle getappt. Das war alles nur wieder eine Inszenierung von dem. Es gibt aber jetzt, das war die letzte Schlachtersicht, das war jetzt das Ende. Das heißt, im Prinzip hat der Wolf gewonnen. Wir wissen nicht, ob wir tot sind oder ob wir nur gefangen sind. Aber der Wolf hat uns gekriegt. Dann würde ich sagen, das war der glorreiche mehr oder weniger Abschluss dieses Let's Plays. Die Rückkehr des Wolfes. Die Rückkehr des Wolfs. Bis zum nächsten Mal.